So, hallo erstmal, wie man sieht, sind wir heute am schönen Tegernsee und wir probieren, dass wir den Hirschbergtrail finden und naja, lassen wir uns mal nicht überraschen, jetzt brauchen wir erstmal eine Brotzeit, aber das Wetter ist ja schon mal ein Traum, der erste coole Frühlingstag dieses Jahr. Am Tegernsee vorbei geht es jetzt Richtung Greit auf dem Radweg. Albi macht heute Navigator. Albi legt es mir am Arsch. Reiten! Steht auf! So, jetzt haben wir einen Scheißdreck da. Jetzt haben wir nur noch Schnee. Überhaupt nicht anstrengend. So, wir sind jetzt in Vorbereitung eines Wahnsinns-Stunts. Der Herr Paparazzi will hier todesmutig Anlauf nehmen und sich dermaßen in den Schnee nahe Hauen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Alter, schau mal, der kommt nicht mal den Berg hoch. Ach du Scheiße. Schönen Gruß. Gebt zuerst noch ein Bier an den Willi, bitte. Sonst wird das nichts. Kommst du in die Friday Falls? Schneller, Alter! Nicht bremsen. Alter. Sehr gut. Ich habe selten etwas langweiligeres gesehen, ehrlich. So, da geht es jetzt in Richtung Hirschberg rauf. Praktisch im Tiefschnee. Aber ich habe es ja gesagt, dass das scheiße ist. Aber, ja, schauen wir mal. Ja, ja, ok, auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Ja. Ich möchte keine dreieinhalb Stunden durch diesen Schneelacken. Nein, nein, nein. Da vorne kommt Sonne, dann ist sofort wieder vorbei. Das wird alles wieder frei. Dreieinhalb Stunden? Ja. So, Albi, wenn du oben bist, mach schon mal den Schweinsbraten warm, bitte. So, wie geht's schon? Nein. Nein. Zwei paar Stunden. Hilfe vom Sternzeichen Steinbock. Merken. Hurra die Gams. Immer dasselbe mit den Pappnasen. Kürze, fix. Wir haben uns natürlich komplett verfranst und sind hier in der, wo sind wir hier eigentlich? In der City of Nothing sind wir hier. Wir sind hier im absoluten. Matterhorn. Matterhorn. Eieiei. Eieiei. Und jetzt auch wohin? So, wir sind gerade auf der Suche nach einem richtigen Weg. Weil, wie gesagt, wir haben uns ja komplett verfranzt. Hier ist nichts. Kein Wegerl. Kein, kein, gar nichts. Ist ja null. Null. Aber das ist gut, weil bei uns zu Hause hat es 18 Grad, schön für eine Frühlingstour. Und wir fahren mal in den Schnee. Wunderbar. So, jetzt sind wir am höchsten Punkt angekommen. Geschafft haben wir es natürlich nicht. Der Schnee ist Wahnsinn. Deswegen haben wir gesagt, auf geht's. Wir machen wieder runter. Hilft nichts. Manchmal geht es halt einfach nicht. Eich. Ami, magst du auch ein Stück? Du darfst doch den Knädel essen. Hört, ich darfst essen. Können wir nicht essen? Den Knädel. Ist er wenigstens warm? Prost, Brick. Ein kleines Brust. Auf die geile Tour. Abbruch. Abbruch. Der Basti würde jetzt sagen, Abbruch. Ach, da sind wir dann schon in Sibirien. Ja, also Brotzeit ist beendet. Jetzt geht's ab. Wo geht's hin, Albi? Zum Downhill. Zum Downhill mit den Rauchbomben. Siehst du? Rollt nicht. Ich merke das Bier gar nicht. Ich habe kein Bier getrunken. So, ein bisschen Kinderfeuer weg. Nein! Achtung! Schon vorbei, Alter! Gelächter, wie viel! ja lebende alte holz michel noch holz michel noch holz michel noch die fotzen uns weil wir die nicht gerettet haben alter komm komm wir sind auch durch schnee ich sage uns einmal bisschen das wetter an was ist los mit dir er sagte schneit wann kommt der frühling machen selber mit dem fischer nehmen in die hand so passt also die tour ist vorbei wie man sieht wir sind wieder am tegernsee und war natürlich ein absoluter schuss und es war viel zu früh aber wir machen den hirschberg trail machen wir noch einmal definitiv definitiv den kriegen wir hoch den kriegen wir ja aber wir müssen noch ein paar wochen warten also vielen dank fürs zuschauen